Ups, Puschel, 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 Blöcke, Blöcke, Puschel. Hier war, glaube ich, Jack the Point und bin ich ein Depp. Bin ich ein Depp? Ich dachte jetzt, ich wäre auf dem Puschel drauf. Jo, Servusler zum weiteren Part Super Alice Land. Wir sind in der Zwischenzeit in der Extra Stage 4 angekommen. Und da gehen wir jetzt rein. Extra Stage 4. Mit unserer kleinen, zierlichen, hochempfindlichen Alice. Oh, Laser. Laser Eye. Laser Eye, wir sind dabei. Jetzt muss ich mal gucken, muss ich mal aufpassen. Dass wir hier vom ominösen Laser erschossen werden. Genau, da war er schon. Da war er schon. Und hat mir die Füße verbrannt, hat mir eiskalt den Fußpilz von der Pelle gebrannt, geputzelt. Laser. Ja, die Level-One-Trixie hier, diese Laser-Level. Die Laser-Level. Aufpassen, aufpassen. Oh, verdammt. An derselben Stelle. Aufpassen, aufpassen. Und dann stirbt der Depp an derselben Stelle. Ja, es ist nicht Alice schuld. Der Depp hockt vorm Controller. Der Depp ist dem Controller in der Hand. So, ist da runter. Runter. So. Warte mal, wie schießen die? Gleichzeitig. Das ist ja auch nett. So. So. Oben lang oder unten? Gehen wir unten lang. Gehen wir unten lang. Oh, das war knapp. Aber es hat funktioniert. Ah, der Kasper. Der Kasper hier. Ups. Ach, Minio. Muss da oben rauf. Wie ballert jetzt der nochmal? Bläde. Bläde, bläde. Da ballert der. Spring. Nein. Mann. Oh, wir haben Jack the Point erreicht. Ist ja nett. Da muss man einfach nur früh genug springen und gucken, dass man nicht so weit vorgeht. Ups. So weit vorgeht und schon. Ups. Aber das geht schon. Das geht schon. Das geht schon wieder los. Uuuh, uuuh, uuuh. Ach, genau. Das war das. Ups. Alter Schawede. Mann. Oh, das hier war böse, glaube ich. Kann ich da den Puschel killen? Wenn ich ihn treffe. Ach, komm schon. Jetzt. Hier werde ich gelasert. So. Den Puschel kann ich allerdings nicht killen da unten. Das ist einer von der schwarzen Sorte. Unkaputtbare Kackpuschel. Uups. Nauf. Nein. Ach, spring halt nauf, Alice. Spring halt nauf. Ein Leben noch. Dann dürfen wir gnädigerweise von vorne beginnen. Alter ist das, Trixie. So. 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 Triebe. Ah, hier muss man wieder rennen wie Sau. Renn, 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 springen. Renn, springen, renn, renn, springen. Und Puschel. Puschel killen. Den roten Puschel. So. Aufpassen. Ach, komm schon. Volle Kanne, Alter. Volle Möhre abgeschossen. So gemein. So ein armes kleines Mädchen erschossen. Die doch nur mit ihren Puppen spielen will. Eiskalt umgebracht. Der, der David. Oder es soll doch David sein, oder? Ups. Nein. Nein. Alter, Glück habt. Glück habt. Äh. Jawohl. Und hier ist Check the Point. Und da drüber. Und da drüber. Und hier drüber. Mann. Alter, ich komm durch. Ich schaffte es. Ich komm durch. Ich schaffte es. Jawohl. Fuck. Und der Letzte. Der Letzte hat mir ans Bein gepisst. Mann. Der Letzte hat gesagt, stopp. Halt. Stopp. Ach, Mino. Ich will da oben rauf. Ach, komm schon, Alice. Mach keinen Scheiß. Ach, komm. Alter, wieso komm ich da nicht rauf? Jetzt wäre ich bestimmt vom Laser erschossen noch. So. Der Puschel ist down. Fuck. Aber der Puschel hat mich verhauen. Beziehungsweise hat mich in den Laser geschossen, geschubst. Wie auch immer. Ich komm da nicht rüber. Durch, 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 durch. Jawohl. Ich komm da nicht rüber. Das ist schon so gemacht, dass man da nicht gleich rüberkommt. Puschel killen. So. So. Jetzt hier aufpassen. Wie machen wir das am besten? Wie machen wir das am dümmsten? Wie machen wir das am dümmsten? Ich muss hier den richtigen Rhythmus treffen. Aber ich glaube, der Rhythmus trifft mich. Der Rhythmus trifft mich. Alter, Glück. Glück. Jetzt kommen hier die Tonnen. Nein, ich treff den Puschel so nicht. Mit Sicherheit geh ich jetzt hier wieder drauf. Vor dieser ganzen Laserreihe. Ups. Glück habt, Alter. Glück. Glück. Nein. Ein Block, kacke. Alter Schawede. Komm, ist der Level ausgegangen? Komm, ist der Level ausgegangen? Alter. Leck. Boah. Jetzt nenn ich mir, jetzt nenn ich hier mal. Super Alice-Land Speedrun. Hahaha. Stage 5, Leute. Stage 5. Was machst du nochmal für ein Level? Ach, dieses Labyrinth-Level. Dieses Labyrinth-Kolle, naja, geh mal auf. Das komische Labyrinth-Level. Mit den Sperma-Geistern. Die Geister des Todes. So, hier ging's lang. Hier ging's lang. Hier muss ich auch bloß den Weg finden. Hier muss man eigentlich nur... Fuck. Nicht auf die Hidden Blocks reinfallen. Die Hidden Blöcke sind böse hier. Die Hidden Blockerei. Vielleicht sollte ich einfach öfter ballern. Ballerei, Ballerei. Und hier sämtliche Sperma-Dinger killen. Hier unten war der Hidden Block. Hier war er. Das heißt, wir müssen da rauf. So her. Jawohl. Geh weg, Alter. Geh weg. So, bin ich jetzt hier richtig oder nicht? Hier nicht. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich schmeiß es, ne? Ich schmeiß es, ne? Oh, Mignon. Geh weg, geh weg. Geh weg. Bin ich hier richtig oder nicht? Hier könnte ich richtig sein. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, fuck. So. Hier geht's rauf. Ja, hier geht's rauf. Komm, komm, Kinder, rauf. Oh, Mignon. Mach ich so. Alice, tu doch was. Oh, hier ist zu. Das war jetzt auch Glück. Komm, geh halt an den Aufwärts. Mann. Hier und hier ist zu, oder? Ja, hier ist Hidden Block. Komm, geh da rein. Geh da rein. So, weiter entdeckst. Mann. Uah, Puschel. Puschel. Mann. Kommt noch mehr? Ja, natürlich kommen noch mehr. Was kommt so noch auf uns zu? Noch mehr Labyrinth. Labyrinthartige Struktur. Geh weg, geh weg, geh weg. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Hier ist zu. Das heißt, wir müssen da rauf. Wir müssen da rauf. Wir müssen da rauf. Komm schon. Alice, komm schon. Äh. Geh weg, Alter. Geh weg. Ist das ein Trixie-Level hier? Ach, komm schon. Geh halt jetzt da rauf, Mann. Alter, wieso geht's denn nicht da rauf? Alter. Alter, voll umsonst, Alter. Der Weg war umsonst. Ist auch so ein lustiges. Oh, oh. Glück gehabt. Auch so ein lustiges Dienst. Der Weg war umsonst. Mann. Oh, muss ich da hin? Muss ich jetzt da rauf? Oh, hier ist zu. Leck. Ist das ein mieser kleiner Scheiß? Und nun bin ich doch... Bin ich doch tot hier? Da komme ich doch nie drüber. Doch, es geht. Fuck. Hier ist zu. Mann. Was ist das für ein Level? Oh, oh. Oh, oh. Fuck. Hat er mich erwischt? Mann. Ist das ein... Genau von vorne. Der ging auch von vorne. Von vorne. Weil das war ja so lustig. Mann. Ist das ein beschissenes Scheißlevel? Will ich hier mal so gesagt haben. Beschissenes kleines Scheißlevel. Komm, geh halt jetzt na auf, Alice. Vor allen Dingen, diese Einblocklöcher da, durch die sie da durch soll, funktioniert nicht immer. Oh. Und das funktioniert auch nicht immer. Ja, ihre Schussfunktion ist hier absolut wirkungslos. Wirkungslos, sinnlos. Voll los. Los, alter. Los. Komm schon, geh dann auf. Oh, geh runter. So, dann auf. Ach, komm schon. Alice. Nerv mich doch nicht so. Lauf halt einfach zu. Und jetzt bleib schön stehen. Und lass dich nicht beißen vom Sperma. Du bist doch ein braves Mädchen. Du weißt, Sperma ist böse. Genau. Oh, oh. Ups. Oh Mann, hier ist wieder dicht. So. Und hier ist der nächste, der nicht ganz dicht ist. So. Und jetzt dann auf. Dann auf. Und dann komm schon, genau auf. Lauf und gib nicht auf. Dann kommt der Kasper. Mensch. Alice. Ja, genau. Ich fall hier überall durch und rein. Und sowieso. Und überhaupt. Und ist doch geil lustig hier. So. Diesen Abschnitt haben wir wieder mal geschafft. Jetzt kommt hier der Trixie Abschnitt. Geh weg. Ja, der holt mich jetzt, oder? Nicht einmal. Ich dachte jetzt, der killt mich. Jetzt muss ich mir irgendwo einen anderen Weg suchen. Oh, 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 oh. Alter, Glück. Glück. Komm ich da rauf. Komm ich da rauf. Hier komm ich tatsächlich rauf. Hier ist wieder zu. Fuck. Oh, genau. Es ist hier zu. Mann. Mann, 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 Mann. Ich muss da rauf, oder? Ich muss außen rum. So. Ja, da geht's durch. Geh da durch. Geh da durch. Ah, hier ist schon das Bootzettel. Wie komme ich zum Bootzettel? Wie komme ich zum Bootzettel? Ach doch, hier mal die ganzen Blöcke hier. Komm. Geh da durch. Geh da durch. Alice, komm. Geh da durch. Komm. Geh da durch. Alice, komm schon. Geh, Alter. Durch. Ätzer. Nein, nicht so weit. Oh, oh. Und jetzt. Dann auf. Geh da nauf. Geh da nauf, Alice. Geh da nauf. Komm schon. Geh da nauf. Mann, die will nicht. Sie will nicht. Diese blöde kleine Kuh. Sie will nicht. Und die Zeit haut ab. Geh da nauf. Was mache ich jetzt? Wenn die Zeit abhaut. Ich gehe da nauf. Die will nicht. Ist die größer wie die Marissa oder was? Alter, du nervst mich vor jetzt. Und zwar gewaltig. So. Mann. Jetzt dachte ich schon, ich sterbe noch eines Time Death. Das hätte mich jetzt so angekotzt. Aber wir haben die nächste Extra-Stage. Wir haben die nächste Extra-Stage geschafft mit Alice. Extra-Stage 6. Hammer. Hammer, Hammer. Ich glaube, die nächste Hardcore-Stage war die 16. Also zumindest. Ach genau. Engel. Von Engel zu Engel. Bis der Puschel kommt. Und stirb. Oder Menstruationspuschel. Dieser Scheiß. Ich mag das nicht. Ja, zu weit. Mino. Zu weit. Zu weit. Oder nicht weit genug. Das ist Ansichtssache. Genau. Es geht auch auf den zweiten gleich drauf. Jawohl. Üps. Aber da muss man rechtzeitig abbremsen. Sonst kommt das Loch. Das ominöse Loch ins Nichts. Hier war es. So. So. Puschel. Mann. Diese Puschelplatzierung. Das war schon Wichser, der die Puschel da so gesetzt hat. In diesem Spiel. Muss ich ja mal so gesagt haben. Ach komm schon. Ja, jetzt wird's wieder Witz los. Machen wir hier mal zacka zacka. Hier von vorne beginnen und so weiter. Mal schön die Leben resetten. So. Da drauf. Da drauf. Da drauf. Da drauf. Stopp. Puschelkillen. So. Und gucken, wo ist der andere Engel. Oh, da oben ist er. Oh, der will's wissen. Der will's wissen. Aber es klappt. Und schon kommen wieder Puschel. Überall die Puschel. Komm, ist da Fische? Puschel. Doch, da kommt doch. Irgendwie kommt doch da noch eine Sauerei, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nix kommt. Ups. Puschel. 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 Blöcke. Blöcke. Puschel. Hier war, glaube ich, check the point. Bin ich ein Depp? Bin ich ein Depp? Ich dachte jetzt, ich wäre auf dem Puschel drauf. Geistiger Aussetzer. Bloß kann ich... Nein. Mann. Sollts aufpassen. Genau, hier ist die Kackprimel. Aber die ist so gar nicht zerstörbar. Doch. Heili geili. Ach, komm schon. Stimmt, da muss man unten runter. Da muss man ganz runter. Und dann rüber. Und... Eieieiei. Das hier will wieder komplett gedingst werden. Komplett überlegt. Strategie und so. Strategie in einem Jump'n'Run. Ja, sowas gibt's. So, da drauf. So. Komm, geh runter vom Puschel. So. 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 Always Puschel. Always Puschel. Schwein. Mann. Ja, genau. Der Fisch. Ich wusste es. Ich wusste es, dass hier so eine Scheiße auf mich wartet. Ach, Menno. Ja, an der Scheiße war ich jetzt selber schuld. An der Scheiße war ich selbst schuld. Das war ein... Pudlerei. Selbstmord. Ups. So, wieder davor. Primel töten. Und den Scheiße noch mal machen. So. Daher. Daher. Darauf. Darauf. Darüber. Always Puschel. Fisch. Fisch. Du stirbst jetzt erst mal, du Fisch. So. Der geht mir schon mal nicht mehr auf den Sack. Und ich bin überzeugt davon, da kommt der nächste Fisch. Jawohl. Ist schon down. Ha ha. Und nächster Fisch. Nächster Fisch. Down. Geowned. Wir haben den geowned. Ha ha ha. Geowned. So. Fisch. Und Buschel in Rot. Ein Buschel in Rot. Bringt Unglück und Not. Und jetzt kommt hier wieder Engelscheiße. Mann. Engelscheiße. Und Fisch. Fisch. Jetzt kommt kein Fisch. Haben sie den vergessen, oder was? Ah, da kommt ein Fisch. Ha ha. Ihr könnt mich mal. Ha ha ha. Hammer. Leute. Heute reißen wir was. Heute reißen wir was. Heute reißen wir die Extra Stages runter. In einem Part. Hammer. Vier Extra Stages in einem Part. Also gut. Fertig haben wir noch nicht, aber. Wir sehen vier Extra Stages in einem Part. Das darf dann ein Sparschwein. Da könnte er je verkommen. Ups. Vorsicht. Da oben. Zacken und so. Zagaroni. Zagaroni. So. Das war mein Lieblings-Eisscheiß-Level. Wobei es nicht ganz so hart ist wie das andere. War das hier mit dem Hidden Block? Nein. Der kommt erst hinten noch. Der kommt hinten erst. Der Hidden Block. Monsieur Hidden Block. Ach, das war glaube ich mein Retro-Basti-Nachbau, oder? War das das Level oder war das das noch nicht? Nein, das war das noch nicht. So. Always Puschel Schwein. Always Puschel Schwein. Komm jetzt noch mehr. Always Puschel Schweine. Na loko, komm noch mehr. Always Puschel Schweine. Always Puschel Schwein. Mann. Geh. Sterben. Stirb. 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 Sir. Stirb. Jawohl. Oh, der nächste. Stirb. Ja, sehr schön. Ich komme mal vor, Wink. Call of Duty. Nein, nein, nein. Aber den kann ich jetzt bashen. Sehr schön. Und kann ich drüber laufen. Ist das geil. Ist das geil. Und den nächsten, den nächsten, den nächsten, komm schon, töte ihn. Oder töte, töte ihn. Komm schon. Jawohl. So, und jetzt unten lang, weil oben lang, ging es nur über die Zacken. Alter, ist das Trixi. Alter. Wie macht man da das? Fuck, wie macht man da das? Jetzt glaube ich, hänge ich fest an so einer Scheißstelle. Jetzt kommt Dreck auf uns zu, Leute. Eisscheißdreck. Mit Zackaroni. Mann. Ich mag das nicht. Habe ich euch schon erzählt, dass ich Eisscheißlevel nicht mag? Vor allem Eisscheißlevel, Eisscheiß mit Zackaroni. Was soll das? Ich probiere es oben lang jetzt mal, aber das... Ah, ich komme nicht mehr zurück, oder? Doch, es geht. Aber oben lang, glaube ich, ging es nicht. Genau, das ist der Tod hier oben lang. Man muss unten lang mit Alice. Mit Alice wird mich hier gezwungen, einen Weg einzuschlagen, der einem nicht gefällt. Das ist ja gemein. Naja, da heißt es jetzt, dass Skill beweisen. Skill beweisen. Zähne zusammenbeißen. Und auf Zackaroni aufpassen. So. Kann ich eigentlich so minimal springen? Ja, das geht schon. Nein, das geht nicht. Wie springe ich denn da drüber? Wie springe ich denn da drüber? Kann ich so einen kleinen Hobbeser-Kaido-Gai machen? Alter, Schawede! Muss ich den Button aber bloß leicht küssen? No, genau! Drecksau! Dampon-Puschel! Mann, aus dir sollte man eine Menstruations-Puschel machen? Die sollte man einführen? Mann, das andere hast du nicht verdient. Ich glaube, an dem Level werden wir knabbern. Also ich zumindest. Mit diesem Zackaroni-Abschnitt. Ungeil. Ungeil, ungeil. Wie mache ich das? Wenn ich laufe, rutscht sie drei Blocks. Das heißt, wenn ich die Rentaste nicht drücke. Genau. Kann ich da drüber laufen? Höh! Aber ich kann doch gar nicht so niedrig springen, dass die da drüber kämen könnte. Och, Mino, Alter. Och, Mino. Einmal probier es noch. Eisscheiß. Eisscheiß of Doom. So, hier mal ein bisschen mit Speed durch. Weil das ist alles Pille-Palle. Verglichen mit der Scheiße, die wir schon hinter uns hatten. Oder hinter uns haben. Ist das hier alles. Pups. Pups vom Feinsten. Bis auf den Zackaroni-Abschnitt. Da bin ich echt überfragt, muss ich sagen. Da bin ich echt ein bisschen überfragt. Ja, sie springt. Zwei Blöcke. Einerhalb. Wenn ich gut bin, einerhalb. Aber das muss man echt. Alter, da muss man echt. Den Button bloß ein bisschen minimal berühren. Aber das wird ewig hart. Und über zwei Blocklöcher laufen wird wohl nicht gehen, denke ich. Sonst heißt es doch hier durchrennen, oder? Ich muss doch hier genau einfach nur durchrennen. So. So schwer war das Level bis jetzt gar nicht. Die Schwierigkeit liegt hinten. Am ominösen Zackaroni-Abschnitt. Mann. Komme ich hierher ohne Fehlerrei? Ohne Probleme? Ohne Probleme würde ich das Level abschließen. Wüsste ich, wenn man da drüber kommt. Verdammt. Wie komme ich da drüber? Wie komme ich da drüber? Ich verstehe es nicht ganz. Wenn sie läuft, macht sie überhaupt keinen kleinen Sprung. Ach du Scheiße, Alter. Ist das ein Level, das nur mit Marissa abschließbar ist? Also mit Marissa nur schaffbar? Weil man da den Treffer kassieren kann und kann oben durch die Zackaronis. Ich habe keine Ahnung. Komm, stirb. Wäre natürlich möglich, dass das kein Alice-Level ist. So, probieren wir es nochmal. Nein. Oder muss ich mich bücken dabei? Mal kurz was testen hier. Wenn ich laufe und mich duck. Aber sie springt deswegen nicht niedrig. Hm. Mal gucken, wie wir das deichseln. Irgendwie werden wir das deichseln müssen. Sonst stecken wir jetzt ein Fest. Schade, es ist so ein geiler Run gewesen. So ein geiler Lauf in diesem Part. Und schon stecken wir hier in der nächsten Scheiße fest. Na gut. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wieder so eine Stelle kommt. Und der da doch schon nicht mehr weiter weiß. So. Oh, das hätte fast funktioniert, Alter. Das hätte fast funktioniert. Aber nur fast. Aber nur fast. Verdammt, ich bin nicht weit genug gesprungen. Oder ich bin zu früh losgesprungen. Alter, das muss mal artkommäßig timen. Mann. Ist das geil. Das ist ein geiler Abschnitt. Der ist Trixie. Der ist Trixie, böse, mies und gemein. Und der ist im Eisscheiß. Ich weiß schon, warum ich Eisscheiß-Level hasse. Genau wegen solchen Mechaniken. So. Ups. Alter Schwede. Na? Sie springt nicht weit genug. Die muss weiter vor. Aber ich trau mich nicht. Nee, im Grunde ist es ja wurscht, auf wo ich runterfalle. Bei der Scheiße hier. Und ob ich jetzt oben in die Zacken komme oder in den Abgrund springe. Ist eigentlich scheißegal. Du hast nichts zu verlieren, Dursten. Du hast nichts zu verlieren. Lass es einfach geschehen. Nein. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Game over, Leute. Ich bedanke euch fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Und ich sag Servusle. Bis zum nächsten Mal. Eier Dursten. Dann vielleicht Move- Vince, das ist einfach möglich. Braplosion. Ja. Wir sehen uns imex Citadel Naj момент. Wir sehen uns im next battle. Tage 찾 vemos Whats burn seremos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017